Das ist besser, eine Kerze zu fangen, als sich über die Teilstadt zu erinnern. Amnesty International hat das Symbol der Kerze mit wirklichem Droh gewählt, um die Situation der politischen Prisionärs weltweit aufmerksam zu machen. Auch Hauptnacht gibt Menschenrechte weltweit mit Fäßgetrüppelt. Für viele Menschen auf der Welt bedeutet Amnesty International eine Hoffnung auf Freiheit. Das soll die Kerze, die brennt, symbolisieren. Rechte sind universell, sie gönnen für alle Menschen auf der Welt, und sie gehen ein alle Gute, etwas ein. Es sind Rechte für jede Einigung von uns, und dafür also jede Regel für sich anzusetzen. Darin erinnern soll den 10. Dezember den Dach für die Menschenrechte. Weist er Solidarität dadurch, dass der Amnesty-Kerz-Kerz zu den 10. Dezember aufs Hufend an ein Pfünster stellt, als Zeichen von ihrem Engagement für den Respekt für die Menschenrechte weltweit. Das war die Menschenrechte weltweit. Das war die Menschenrechte weltweit. Das war die Menschenrechte. Das war die Menschenrechte. Die Menschenrechte. Sie singt das schif verstärben,